Herzlich willkommen, liebe Kunstfreunde, zu einer Vorstellung eines Werks, heute von Martina Rigg. Im Rahmen einer Ausstellung erschuf sie einige Werke zum Thema Farbklang. Ein Farbklang ist eine Darstellung von Farben, von verschiedenen Farben, die in unterschiedlichen Abstufungen zueinander in Beziehung stehen. Damit hat sie sich beschäftigt und, was für sie ungewöhnlich ist, dabei wirklich tiefer in die Farbpalette gegriffen. Ihre Werke sind oftmals sehr gedeckt und zurückhaltend. Und die Werke, die im Rahmen dieses Themas entstanden sind, sind doch schon recht farbintensiv, wie man hier bei Secret Garden beispielsweise sehen kann. Es ist ein sehr flächig gearbeitetes Bild, welches viel Raum für Interpretation offen lässt. Der Titel Secret Garden deutet schon darauf hin, was die Künstlerin selbst möglicherweise in diesem Werk sieht. Sie selbst wiederum sagt von sich und ihrer Arbeit, für sie wichtig ist Farbe, Emotionen und Klang. Klang im Sinne von Farbklang. Weiter tiefer möchte sie thematisch eigentlich gar nicht gehen, um ihrer Kunst möglichst viel Raum zu geben, um seine Wirkung entfalten zu können. Wir finden, dass es ihr in diesem Fall sehr schön gelungen ist, einen herrlichen Kontrast zwischen Pink-Tön und Türkistön zu schaffen und diesen in Kontrast zu einem Lichtpunkt zu setzen, sodass man tatsächlich so ein bisschen die Vorstellung hat, wie man einen Farbklang wahrnehmen kann. Ich lade Sie herzlich dazu ein, dieses Werk gleich näher zu erkunden. Wenn Sie es einmal in der Realität bei uns in Dresden in der Galerie sehen wollen, rufen Sie uns an, chatten Sie mit uns oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie und denken Sie daran, wir machen Kunst. Wir freuen uns auf Sie. 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 Wir freuen uns auf Sie.